Ich komme in mein Bach vorbei und bin wie Römmich, ich darf und ich hab Ayausstein. Regel Nummer 4, du bist erst ein krasser G- Was geht ab, Leute? Scharf Wenger hier. Und ja, wie ihr sehen könnt, gibt's was Schönes. Und zwar, auf Englisch heißt es Hopeness Lab. Ich weiß jetzt nicht, wie es auf Deutsch heißt. Jedenfalls ist es eine richtig coole Sache. Also an die Leute, die permanent irgendwelche X-Helden-Kopien oder S-Helden-Kopien bekommen haben. Jetzt ist der Zeitpunkt, die alle zu schrotten. Ja, gehen wir mal rein. Also zuallererst eine Bedingung, um das überhaupt zu bauen, ist Basis Level 25. Mehr nicht. Um das zu upgraden, braucht ihr in den ersten 5 Stufen, also von 1 bis 5, braucht ihr einfach nur Holz und Eisen und natürlich auch Geld. Und ab 5 braucht ihr diese Polymer-Kristalle. Ich weiß nicht, wie die auf Deutsch heißen. Jedenfalls braucht ihr diese. 280 sind viel. Ich kann euch auch gleich zeigen, warum. Wie ihr diese erhaltet, und zwar hier einmal, ja klar, Geld ausgeben. Doomsday, Doomsday Shop. Also könnt ihr für 250.000 Doomsday-Coins, könnt ihr bis zu 800 Kristalle holen. Das ist, sage ich mal, ein stolzer Preis, aber trotzdem schön, dass man so viele holen kann. Dann gibt es die Methode, also klar, es gibt jetzt hier das Event, direkt am ersten Tag, kann man sich welche holen. Aber das wird ja natürlich nicht immer sein, immer nur mal sporadisch. Und es gibt die Möglichkeit, über den Heli-Platz es zu holen. Okay, sieht man jetzt nicht, aber es gibt, also man kann für 1000 Diamanten kann man 10 Kristalle holen. Also, das ist, zeige ich gleich, sind 5 Versuche. Oder womöglich nur einer, je nachdem, wie man es macht. So, beginnen wir jetzt damit mal zu gucken, was das überhaupt ist. Also, ne, wo sind die, genau hier. Okay, also, ihr habt die Möglichkeit, eines eurer Helden zu upgraden, beziehungsweise zu rekonstruieren. Das bringt euch bessere Attribute. Also, auf 0, sage ich mal, hat der gar keine Attribute. Und je höher diese Punktzahl ist, die ich hier gerade einblende, desto bessere Attribute erhält der. Also, ihr könnt sehen, eine, äh, boah, wie heißen die eigentlich, Sirena oder wie die auch heißt. Ähm, die kann beispielsweise 15% Damage, äh, Attacke bekommen, also, ja, Basic Attack, 15% Skill Damage mehr und so weiter und so fort. Genau, dafür braucht man, ja gut, bei dem jetzt nicht, achso. Ähm, ähm, um den zu upgraden, das ist jetzt nicht auf diesem Bild, aber um den zu upgraden, braucht ihr 5X-Helden. Irgendwelche X-Helden, die ihr, äh, nicht braucht oder die ihr zu viel habt, die braucht ihr, äh, müsst die einlösen und dann könnt ihr ihn jederzeit upgraden. Das heißt, ihr müsst nicht nochmal 5X-Helden, ähm, 5X-Helden verwenden, um den jedes Mal zu upgraden. Also einmal nur investieren und dann könnt ihr ihn jederzeit upgraden, wenn ihr dann diese Kristalle habt. Auf diesem Bild ist jetzt hier zu erkennen, dass ihr durch, ähm, durch den Einsatz von Kopien, diese, wie nennt man die eigentlich, jetzt müsste ich auch nochmal gucken. Also ich, ich schneide das Video auch gar nicht, damit ihr es auch wirklich richtig sehen könnt. Ich habe es nämlich schon gemacht, aber, ähm, soll ich jetzt auf, ja, wie heißen die da eigentlich? Obtain, ah, Decay Energy, okay. Wie gesagt, auf Deutsch keine Ahnung. Jedenfalls, ähm, wenn ihr diese dann einlöst oder austauscht, dann bekommt ihr diese Decay Energies und mit denen könnt ihr dann sozusagen die erweiterte Rekonstruktion machen. Und die erweiterte Konstruktion, die bietet euch natürlich bessere Attribute oder höhere Chancen, besseren Attribut zu erhalten. Bei dem normalen würdet ihr nur diese Kristalle benutzen. Also je mehr X-Helden oder allgemein Kopien von orangenen Helden ihr habt, desto mehr von diesen Decay Energies könnt ihr bekommen. Pro X-Held beziehungsweise S-Held bekommt ihr tausend Decay Energies. Pro ganz normalen orangenen Helden, wie Reaper oder wie der auch hier jetzt gerade angezeigt wird, dieser, ja, irgendwas, Dawn, Guardian. Also hier diese ganz normalen X-Helden, äh, die ganz normalen orangenen Helden, dafür bekommt ihr einfach nur 100. Genau. So, ja, das zeige ich euch gleich. Und ja, das zeige ich euch auch gleich. Also, fangen wir mal an. Hier seht ihr, es gibt ein gewisses Pool an Helden, die aktuell abgegradet oder rekonstruiert werden können. Unten seht ihr jetzt The Huntress, Glutton und so weiter. Die kann ich noch nicht rekonstruieren, weil ich sie noch nicht voll habe. Leider habe ich Todesritter und Heaven's Redemption nicht voll. Aber es ist, wie es ist. Bald. Dafür habe ich halt The Cochet und Vanguard. Also Vanguard habe ich jetzt einfach nur ein bisschen rumgespielt. Nicht viel gemacht, aber eher bei The Cochet. Fangen wir mal mit dem an, dann könnt ihr mal sehen, was man da so alles machen kann. Also, wie gesagt, mit dem habe ich jetzt schon angefangen. Also, ich gehe mal jetzt von der normalen Position aus. So, wenn ihr jetzt den rekonstruieren wollt, dann braucht ihr ein Kristall, um vier Attribute zu bekommen, beim normalen. Beim erweiterten würdet ihr ebenfalls nur ein Kristall benutzen, aber dafür diese 100 Decay-Energies. Ich habe ja jetzt gerade keine. Also, ich müsste einen X-Helden, S-Helden oder einen normalen Helden austauschen, um die zu bekommen. So, wenn ihr das dann gemacht habt, könnt ihr für euch entscheiden, okay, welchen nutze ich. Also, ich kann euch nur anraten, behaltet keine grünen, weil die nützen euch nichts. Also, im Vergleich zu den anderen, ganz ehrlich. Also, es gibt halt Weiß, also Qualität von Attributen in Weiß, Grün, Blau, Lila und Orange. So, wie es auch bei den Helden da ist. Ja, okay. Eher bei den Zubehörteilen. Genau. Dann könnt ihr es machen. Ach, wisst ihr was? Ich probiere es jetzt hier mal bei Wellengard aus. Einfach ganz lockerflockig. Diesen einen Kristall gönne ich mir mal. Also, kann man jetzt mal machen. So, dann habt ihr die Möglichkeit, sozusagen diese neuen Attribute zu nehmen. Ich mache es jetzt natürlich nicht, weil das ist ja der komplette Schwachsinn. Das sind ja voll die schlechten Attribute. Also, Weiße Qualität würde ich jetzt hier 1% mehr Skill Damage bekommen. Dafür habe ich aber hier schon Blau 15% Siege Might, also normalen Attack Buff. Falls ihr es doch nehmen solltet, könntet ihr hier jetzt auf Save drücken und dann würde er diese Attribute komplett übernehmen. Das mache ich, wie gesagt, nicht, sondern ich kann sagen, ey, ich lehne das ab. Also, das heißt, ihr klickt dann dort auf X. Are you sure to abandon this result? Yes. Jetzt ist es so, ihr seht, okay, ich habe hier einmal ein blaues Attribut, also blaue Qualität, dann zweimal grüne Qualität und einmal weiße Qualität. Ich könnte jetzt sagen, hey, das Blaue, das lasse ich einfach. Das ist doch eine gute Sache. Die drei anderen würde ich aber gerne rerollen. Also, das heißt einfach, ich würde dort gerne andere Attribute haben. Was ihr dann machen könnt, ist, dass ihr auf dieses Attribut draufklickt und dann auf dieses kleine Schloss hier draufdrückt, um das zu fixieren. Das heißt, wenn ihr jetzt neue Attribute nehmen wollt, seht ihr hier, brauche ich statt einem Kristall jetzt plötzlich zwei Kristalle. Mache ich das mit mehreren, würde ich jetzt vier brauchen, also bei zwei, bei drei, acht und bei vier geht es natürlich nicht, oder? Ja, geht nicht. So, das heißt, ihr könnt sagen, wenn ihr jetzt beispielsweise irgendwelche goldenen habt, also Attribute goldener Qualität, lilaner Qualität, dann könnt ihr sagen, ich fixiere die, aber möchte die anderen weghaben. Das ist auf jeden Fall eine richtig gute Option, aber dann werden auch die, oder wird der Einsatz von den Kristallen höher. Aber, ist klar, ist klar. Daher würde ich euch empfehlen, so oft es geht, sozusagen zu rerollen, dass ihr richtig gute, also dass jemand einen Attribut orangener Qualität bekommt. Und dann würde ich erst anfangen zu fixieren, weil davor würde es einfach keinen Sinn machen. Oder ihr habt halt dann, ihr merkt einfach, okay, die Attribute, die ich jetzt aktuell habe, die sind so gut für den, also die passen einfach so gut zu den Helden, ich lasse die einfach. Ja, beispielsweise jetzt hier bei The Cochet, da habe ich jetzt gemerkt, okay, ich habe hier Group Resistance plus sieben, also das heißt, für meine ganzen Helden im APC bekomme ich sieben Prozent mehr Verteidigung, das ist eine gute Sache. Dann sehe ich, okay, ich habe hier Siege Defense, das heißt, statt Angriff, Verteidigung, das ist total die bescheuerte Übersetzung, aber es ist halt einfach so, da bekomme ich Verteidigung plus 15 Prozent, also nur damit das mal richtig erklärt wird. Statt Angriff bedeutet, wenn eure Base angegriffen wird, bekommt ihr mehr Angriff. Statt Verteidigung heißt, wenn eure Base angegriffen wird, bekommt ihr mehr Verteidigung. Belagerungsangriff ist, wenn ihr eine Base angreift oder Belagerungsverteidigung ist halt, wenn ihr eine Base angreift, so, nur als Verständnis. Ja, und bei The Cochet habe ich dann nochmal Tactical Resistance plus 15 Prozent. Das sind gute Sachen, ja, also der ist ein Tank, der muss auch Tanky sein, der braucht ja nicht plötzlich mehr Schaden, das braucht er einfach nicht. Daher habe ich dann gesagt, okay, ich lasse die einfach, ich würde dann in dem Fall, das würde ich euch auch anraten, einfach die fixieren und dann auf den nächsten Tag warten und dann sozusagen gratis re-rollen. Dann würde ich jetzt das eine hier einfach wegmachen und könnte halt jeden Tag einmal oder zweimal, je nachdem wie hoch euer Labor ist, könnt ihr es dann re-rollen. Das zeige ich euch jetzt gleich. Das könnt ihr machen. Ich werde das auch tatsächlich jetzt erstmal so machen, weil ich finde die Attribute erstmal gut. Ich werde die jetzt nicht ändern, weil ich will meinen Fokus eher auf Todesritter und so weiter setzen, aber da ich den leider nicht voll habe, spare ich mir halt die Kristalle auf und werde den dann hochpushen und dann ballere ich da auch alles rein. Jedenfalls, das mit der Methode, mit den Gratis-Rekonstruktionen, je höher euer Gebäude ist, desto mehr Rekonstruktionen pro Tag könnt ihr gratis bekommen. Das heißt jetzt aktuell bei 5, also Stufe 5, würde ich zweimal gratis Rekonstruktionen freigeschaltet bekommen. Bei der letzten Stufe sind es 5, das ist gut. Ich weiß nicht, wie viele Kristalle man braucht, um das sozusagen auf Stufe 10, also auf Max zu ziehen, aber es ist halt dann natürlich eine Frage, da müsst ihr gucken, ob das einfach für euch wirtschaftlich ist. Weil jetzt aktuell sehe ich, ja gut, ich brauche 280 Kristalle, um einen Gratis zu bekommen, also eine Gratis-Rekonstruktion zu bekommen pro Tag. Wenn ich das für einen Einsatz von einem Kristall pro Rekonstruktion rechnen sollte, bräuchte ich 280 Tage, um dann sozusagen Plus gemacht zu haben. Ja, das ist jetzt 280 Tage, das ist fast ein Jahr. Oder man kann es so sehen, man kann sagen, okay, ich habe ja drei richtig gute Attribute, habe die fixiert und müsste pro Rekonstruktion jetzt acht benutzen, dann wäre es natürlich was anderes, dann bräuchte ich natürlich weniger, also weniger Tage, um das dann zu, um dann meinen Plus zu machen. Ja, so ungefähr 35 Tage, ich rechne es jetzt gerade im Kopf. Das ist dann schon lohnenswert. Das überlege ich mir aber noch, weil, ja, ich will jetzt nicht alles überstürzen am ersten Tag, ich will das erstmal ein bisschen langsamer angehen. Genau, ähm, zu den Kristallen selbst. Also meine Empfehlung, ähm, das werde ich für mich persönlich jetzt so handhaben, weil, ähm, ich habe aktuell schon ganz gute Helden, muss sie halt jetzt nur noch maxen und dann bin ich sozusagen durch mit meinen Helden. Ich brauche nicht neue Helden, neue Heldenkombinationen, außer vielleicht The Huntress, das wäre nice, aber eigentlich brauche ich das nicht. Deswegen werde ich persönlich meine Doomsday-Coins, werde ich nur noch für Superkerne, Kriegsmedaillen und diese Polymerkristalle verwenden. Weil die geben schon einen ordentlichen Push. Ja, ich habe da schon einige, äh, Sachen gesehen, kann ich ja mal zeigen, wo haben wir es, wo haben wir es, wo haben wir es. Nee. So, hier, der gute Mike. So, den Todesritter, da seht ihr schon 8.200, also der hat schon einen ordentlichen, äh, einen ordentlichen Wert, ja. Das Erste, gut, das ist, ist jetzt nichts Besonderes, finde ich, aber, äh, das Maximum an Truppen, die ein APC dann mitnehmen kann, wird erhöht um 8.000. Hat halt so seine Vorteile, erhöhter Zerstörungswert, etc., etc. Dann hier, ähm, Stadtverteidigung, 20% mehr Verteidigung. Einfach 30% mehr Verteidigung. Und für alle Helden 15% noch mehr Verteidigung. Also, das ist halt krass. Da muss man schon richtig Glück haben. Und der Gute hatte natürlich auch Glück. Jo, soviel zu dem Thema. Ansonsten gibt es da auch nicht mehr zu sagen. Ich würde mit Bedacht an die Sache rangehen. Ich würde nicht überstürzen und einfach irgendeinen Helden, äh, drauf losrerollen. Ich würde da schon richtig aufpassen. Ähm, ansonsten, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt mir in-game oder im Line-Chat. Und dann können wir ja nochmal drüber sprechen. Also, hier seht ihr auch einfach nochmal, dass ich 1.000 bekommen sollte. Und wenn ich jetzt den hier mache, also normalen, würde ich 1.100 bekommen. Oder 100 halt. Genau. Soviel zu dem Thema. Also, ich finde das eine richtig gute Sache. Ja, mein, mein Cochet ist noch tankier geworden, also noch defensiver geworden dadurch. Ja, also das sind richtig gute Attribute. Die können natürlich auch noch optimiert werden mit höherer Qualität. Aber ich finde es wirklich eine klasse Sache. Ähm, klar, die ganzen Leute, die richtig reinbuttern mit Geld, die werden da einen Riesenvorteil haben. Aber ganz ehrlich, auch wir, ne, die nicht so viel reinbuttern oder gar nicht, die haben da auch schon seine Vorteile. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt mir doch einfach. Ansonsten sehen wir uns vielleicht beim nächsten Video. Und wenn es darum geht, neue Helden im Goldmünzen-Shop. Macht's gut. Ciao.